Dies ist der erste Teil eines Kurses für die Lehrpersonen der Schule Altstätten. BYOD steht für Bring Your Own Device und meint, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Geräte mit in die Schule bringen und sie dort einsetzen. Natürlich könnten dies auch Tablets und Laptops sein, aber in den meisten Fällen wird es sich um das persönliche Smartphone handeln. Daher fokussiert dieser Kurs auch auf diesen Einsatz. Im ersten Teil dieser Anleitung werden wir nur die ersten zwei Punkte WLAN und Zertifikate anschauen. Da dies nur die Lehrpersonen der Schule Altstätten betrifft, habe ich diesen Teil in einer separaten Anleitung ausgegliedert. Das WLAN bei uns für persönliche Geräte heisst Schalt Public. Wenn man sich damit verbindet, wird man auf eine Seite umgeleitet, auf der man ein Passwort eingeben muss. Die meisten haben diese Form des Verbindens allenfalls mal in einem Hotel kennengelernt. Ich möchte dies kurz zeigen. Man sieht hier die verschiedenen WLAN-Netzwerke, unter anderem Schalt Public, das eben für die persönlichen Geräte der Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler zur Verfügung steht. Wenn ich mich da verbinde, wird die Verbindung hergestellt und es wird automatisch diese Seite geöffnet, wo man das Tagespasswort eingeben kann. Hier müsste man das eingeben. Ich habe das in der Zwischenablage zum hineinkopieren und bestätige das mit Enter. Jetzt werde ich weitergeleitet, ähnlich wie das bei manchen Hotels der Fall ist. Das Passwort für das WLAN ändert sich jeden Tag. Die Schülerinnen und Schüler erhalten das Passwort von der Lehrperson. Die Lehrperson selber kann sich das Passwort entweder aus dem öffentlichen Ordner holen. Man sieht hier in Outlook diese drei Punkte unten links. Dann Ordner. Dann wählt man oben die öffentlichen Ordner, alle öffentlichen Ordner aus. Und dann das WLAN-Tagespasswort. Dann kann man dies den Schülerinnen und Schülern übergeben. Oder die Lehrperson lässt sich das Passwort jeden Tag als E-Mail zustellen. Man bekommt dann aber 365 Mails im Jahr und kann diese beispielsweise in einen separaten Ordner ablegen oder respektive jeden Tag dann das Löschen, das man nicht mehr braucht, vom Vortag. All das ist ausführlich im Dokument WLAN in unserem Intranet beschrieben. Dazu öffnet man die Seite portal.office.com, meldet sich dort an, weil Sharepoint, das Orange umrahmte hier, dort Informatik und dort dann das Dokument WLAN. Wenn man sich mit dem WLAN verbunden hat, gibt es aber noch ein Problem. Der Kanton St. Gallen verlangt von den Schulen, dass die Schülerinnen und Schüler vor Seiten mit unerwünschtem Inhalt geschützt werden. Informationen dazu findet man auf unserer öffentlichen Webseite der Schule Allstädten unter Online-Schalter und dann den Buchstaben C, Content-Filter. Auf dieser Seite gibt es dann eine ausführliche Erklärung und auch die Zertifikate für die verschiedenen Systeme. Obwohl man es dort nachlesen kann, versuche ich es hier nochmals ganz kurz zu erklären. Damit auch verschlüsselte Verbindungen untersucht werden können, muss die Verschlüsselung beim Content-Filter aufgebrochen und danach mit einem neuen Zertifikat wieder verschlüsselt werden. Man sieht da die Lupe, wo das eben gemacht wird, dieses Hereinschauen in die Verbindungen. Das neue Zertifikat ist aber auf den Geräten nicht vorinstalliert und daher wird ihm nicht einfach vertraut. Damit dem Zertifikat vertraut wird, muss es auf dem privaten Gerät installiert werden. Dies muss man aber nur einmal machen. Nachdem das Zertifikat installiert wurde, funktioniert alles wie gewohnt. Die verwendeten Zertifikate werden nun alle von der Schule Altstetten Proxy CA ausgestellt. Auf dem linken Bild sieht man das. Im Gegensatz dazu, beispielsweise Google, das Original von GeoTrust Global CA, das Zertifikat ausgestellt wurde. Die öffentliche Seite zu unserem Content-Filter ist ja auch von zu Hause erreichbar. Die Schülerinnen und Schüler können sich das Zertifikat also sogar zu Hause installieren. So, das wäre schon das Ende des ersten Teils. Beispiele zum Einsatz von Bring Your Own Device kommen dann im zweiten. Vielen Dank.